Ich bin Charlotte Klauser. Ich werde die Eintrittspflege einmal spielen und auch die Schnecke bei dem Duell mit dem Hasen. Bei der Schnecke habe ich das große Schneckenhaus schon entdeckt. Es ist halt wirklich ein Haus für mich. Ich kann drin stehen, ich könnte drin wohnen, ich könnte drin schlafen. Mal gucken, also wenn ihr mich nicht findet, dann wisst ihr wo ich gerade bin. Heute ist mein erster Probetag hier, weil die Tänzer sind ja schon seit zwei Wochen dran zu proben. Und jetzt werde ich so langsam Stück für Stück eingewiesen. Total geil sieht es aus, das kann ich schon mal verraten. Schnecken, Hasen, Hasen und Schnecken. Eine Wahrung, die nicht funktioniert. Der Echtzaube, der Urlauchte wie ein Mager, Schleppapplaus. Schnecken, Hasen, Hasen und Schnecken. Na, das trage ich aus. Die Schnecken nach und sagen, oh, meine Schnecken raus. Und alle gehen da her. Ich glaube, das ist gut. Okay. Schnecken, Händisch, Assen und Achten. Und ganz schön langsam. Nur wo man mit Sachverband kommt auch an Sie. Laufst, sehr, sehr. Nachrichten.